So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Handtücher auf mir die 70 Grad, die Hauptwäsche. Die Hoffnung, dass es unrund wird. Ich hab jetzt extra mal so weiter unten, dass ihr besser hier unten seht, wo ihr unrund müsst. Ja. Alter, bewegt sich krank. Ja. Jee. Yippie. Kalt. Schön. So ein kurzes Zustellern, wenn wir nie. Sie wackelt echt ganz gut. Ich glaub, sie hat sogar minimal mit der Regenscheibe an der Rückfahrt angeschlagen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich weiß es aber nicht genau. Ich weiß es aber nicht nicht genau. Ich weiß es nicht, aber nicht.